Ihr habt euch dazu entschlossen, ein Startup zu gründen. Was genau habt ihr gegründet? Wir haben GiverJoy vor einem halben Jahr gegründet und wir automatisieren Mitarbeiter und Kundengeschenke ganzjährig als erster Anbieter am Markt. Sprich, wir übernehmen das komplette Geschenkemanagement bis hin zum termingerechten Versandjahr über an die Person, wo es für maximale Wertschätzung sorgt. Und eine Besonderheit, unsere Boxen haben rein nur deutsche Startup-Produkte drin, die auch wirklich dann bei den Empfängern und Empfängerinnen für maximale Begeisterung sorgen. Inwiefern hat euch das Studium an der Hochschule Esslingen für euer Startup geholfen? Auf jeden Fall. Also die Hochschule hat uns beim Gründen natürlich sehr geholfen. Ich meine, da haben wir unser ganzes Wissen her. Zunächst mal haben wir zu zweit gegründet, entsprechend machen wir auch alles zu zweit und müssen auch alles alleine machen. Und wir haben es vorher schon erwähnt, dadurch, dass das Studium so breit aufgestellt war, wissen wir zumindest mal, wie sich die Sachen abspielen in den einzelnen Bereichen. Natürlich musste man hier und da noch ein bisschen nachschärfen, aber wir konnten zumindest die Anfänge einfach so stemmen, was sehr, sehr gut war. Und kurz vor dem Gründen oder während dem Gründen sind wir tatsächlich wieder zurückgekommen an die Hochschule und zwar zu Gründers, einer Gründerinitiative, wenn ich das richtig beschreibe, von der Hochschule und hatten da ein Coaching und wurden da in die Hand genommen mit wöchentlichen Coaching-Terminen, was wir, in welche Richtung wir gehen sollten, wie wir unser Produkt validieren sollten, was ist der beste Weg zum Gründen und so weiter und so fort. Also es hat uns sehr, sehr viel gebracht, da nochmal zurückzugehen und so ein 1 zu 1 Coaching zu haben. Und das ja nach vier Jahren. Also das war dann, das Studium war längst vorbei, aber nicht vergessen. Und dann der Weg wieder zurück, wo wir mit offenen Armen begrüßt wurden und unterstützt wurden dann auch während der Gründung. Das war Gold wert, ja. Was war auf dem Weg zur Gründung die größte Herausforderung oder habt ihr auch ein paar Tipps? Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ganz am Anfang war, in das kalte Wasser zu springen, also wirklich den Job zu kündigen und 100% an seinem Produkt zu stehen und seiner Idee und dann auch die 100% zu verfolgen und es einfach mal zu machen. Und vor allem auch so nah wie möglich am Markt zu sein und Umfragen durchzuführen, um wirklich auch sein Produkt zu customizen auf die Anforderungen des Marktes und nicht einfach nur im Keller was auszuarbeiten. Das war schon eine sehr große Herausforderung, weil man immer selber eine tolle Idee hat und denkt, das ist es. Und dann geht man raus und frägt und holt sich die Watschen ab und läuft wieder zurück und optimiert nochmal und ändert nochmal. Und ja, vielleicht ein Spruch, den wir auf dem Weg hierher gelesen haben, er kommt nicht von mir leider, sondern von Grund S, da stand er gerade auf so einem Wagen drauf, können, hätte, sollen, aber einfach mal machen. Das war so auch bei uns. Ich bin einer, der optimiert und perfektioniert gerne, aber man muss es einfach probieren, einfach machen. Es muss nicht zu 100% richtig sein oder stimmen, einfach mal machen und wie Robin auch schon gesagt hat, so nah wie möglich am Markt und dann einfach mal auf den Markt bringen und schauen, was so die Rückmeldung ist. Also ja, einfach machen und nicht in seinem stillen Kämmechen entwickeln, bis es zu 100% gut ist und dann am Ende aber keiner möchte oder keiner will. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.